Also, und der Newcomer des Jahres, Yamatami! Ne, ne, das funktioniert noch nicht. Das muss lauter? Genau. Ihr müsst die Hände hochreißen, glaube ich auch. Und dann nur noch klatschen, richtig laut schreien. Wir üben das nochmal, okay? Warte, stopp! Stopp! Also, nochmal. Luft holen, alle bereit? Alle bereit? Und der Newcomer des Jahres, Yamatami! Fast! Fast gut! Oh, ich höre jetzt auch gleich aus der Regie, wir sind gleich live drauf. Also, Mamas und Papas, bitte macht mit, das sieht einfach schöner aus, als wenn ihr da einfach nur in der Menge steht. Alle reißen die Arme hoch und so laut schreien wir können. Schreit nochmal. Geht das doch lauter? Genau so, und noch lauter. Also, okay, ich höre gerade, wir sind gleich live drauf, das wird nach Deutschland, in der Schweiz und in Österreich ausgestrahlt. Was sagt die Regie? Okay. Alle bereit? Okay, wir werden runtergezielt. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Der Newcomer des Jahres, Yamatami! Österreich machen wir nicht drauf, wir müssen es noch einmal für Österreich machen. Fünf, vier, ja, wir sind alle bereit, fragt die Regie. Okay. Okay, ist Österreich zugeschaltet? Dann machen wir das jetzt. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir sind live drauf, egal, wir machen es noch einmal. Und der Newcomer des Jahres, Yamatami! Ja! Ja! Ihr macht das so gut, dass unser Regisseur Damian gerade gesagt hat, das ist so ein super Publikum, da müssen wir gleich noch eine Werbung machen für Super-RTL. Und zwar würde ich jetzt direkt in die Kamera sagen, und ist das cool, dann schwenkt die Kamera zu euch rüber, und dann sagt ihr, was? Aber richtig voll Karacho! Seid ihr bereit? Ja! Ist das cool? Ja! Machen wir noch einmal und alle reißen die Arme hoch und klatschen! Und schreit so laut ihr könnt! Okay? Ist das cool? Ja! Jetzt gibt es mal von mir einen ganz großen Applaus für euch und von euren Eltern, das habt ihr ganz toll gemacht. Habt ihr wirklich super gemacht, vielen Dank!